Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Horse Riding Tales, weil viele sich auch gewünscht haben, wie meine Reaktion war, als ich den Kleidstel bekommen habe. Kommt es jetzt? Ich wollte aber noch eins sagen, wegen der Geschichte und alles. Habe ich mir gedacht, weil die Stimmverzerre klingen alle so scheiße, sage ich es jetzt mal echt wie es ist. Ich habe keinen Anständigen gefunden. Ich kann nicht mal einen entfernen. Es war einfach alle echt grottenschlecht, nicht verwendbar. Deshalb habe ich mir gedacht, weil die Geschichte Teil 2 kommt erst später was mit vielen Leuten. Und da habe ich mir gedacht, wenn Leute von euch gerne ihre Stimme in dieser Geschichte dabei haben möchten, schreiben sie mir einfach. Ich schreibe die dann an und das läuft halt dann so ab, weil wie möchte man eine Stimme verschicken? Und zwar kann ich über TikTok dann das Video speichern und dann einfach einfügen. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass man das halt in TikTok dann so, den ganzen Text und alles einsagt. Es ist halt nur eine Minute, nur man kann es halt öfters machen, wenn nicht. Und man kann auch auch Freunde machen. Also ich würde halt dann diesen Leuten dann auch natürlich folgen. Viele haben mir schon geschrieben, dass sie es machen. Und deshalb würde ich sagen, die sind dann auch schon mal angenommen, die wir jetzt schon gesagt haben. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Rheining Tales. Heute ist ja auch das Update schon länger ein bisschen da. Ich bin ja vorhin live gegangen und alles. Und heute öffnen wir Kisten. Nochmal. Oh mein Gott. Oh, ich bin so gespannt, was wir kriegen. Und ich hoffe, ich hoffe was Schönes, Gutes. Okay, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir Dias machen. Wir haben jetzt die Dias. Okay, wir haben jetzt Dias. Wir können jetzt starten mit Pferdchen kaufen. Wenn ich ins Spiel reinkomme, können wir kaufen Pferdchen. Ich frage mich jetzt eigentlich auch nur, ob wir Rang 2 sind. Oder 1. Vielleicht schaffen wir Rang 1 wenigstens. Bei VIP. 1.500 haben wir. Ui, wir haben es geschafft. Ja, und das Pferd. Wie cool. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Okay, gut. Wir haben jetzt auch diese Kleidung. Ich verlange 1000, dass man das dann nochmal zweimal hat. Ah, wie geil. Ich zahle ja gerne 1000 Dias, dass ich nochmal diesen Sattel bekomme. Mhm. Mache ich freiwillig. Ich tue jetzt erstmal das Pferdchen rein. Okay. Jetzt habe ich immer ein Pferd. Und ja. Wir sind jetzt Rang 1. Wie viel brauche ich für Rang 2 bei VIP? Ah, 640 Klammer. 880 brauchen wir. Ja, dann würde ich sagen nochmal shoppen. Wir haben jetzt. Wie viel Dias? Insgesamt. 1700. Und 141. Das kann man mit was anfangen. Wie viel brauchen wir noch? 80 noch. Oh. Dann hätten wir Rang 2. Ja, das freut mich. Den haben wir ja letztens gefangen. Ist der nicht hübsch? Okay. Es tut mir leid. Nur es funktioniert nicht. Weil die Person hat halt danach gesagt, dass man dann nicht mehr an die Pferde rankommt. Und dann kommen da einfach dann die 9 hin, wo ich mir jetzt per Kisten ziehe. Genau. 2 reichen ja, oder? Weil da haben wir ja dann auch noch einen leeren Stall. Okay, gut. Perfekt. Könnten wir jetzt Endeffekt Pferde uns holen? Ja, wir holen uns jetzt Pferde, weil wir haben jetzt da 2 Städte frei. Da ist einer leer. Da könnte man dann Beispiel das 1 von den Gefangenen nennen, wo man fangen kann noch. Den haben wir ja letztens auch gefangen. Genau. Und wie sieht es denn da hinten aus mit Stellen? Ähm. Da ist das Pferd drin. Das behalten wir auf jeden Fall. Und die sind voll. Und die sind voll. Okay. Echer verkaufen auf gar keinen Fall. Das ist mein erstes Pferd. Ähm. Ich wollte jetzt eigentlich nicht gleich. tun wir mal heute hier das ran. Die neuen Satze würde ich gerne mal sehen. Die Federn finde ich cool. Wo sind jetzt die Gamaschen? Okay. Und jetzt bauen wir noch. Das ist das Richtige, oder? Ja. Die Maske. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde es ziemlich schön mit diesen Federn und alles. Aber ohne Maske finde ich es, glaube ich, schöner. Ja. Ohne Maske ist es schöner. Kleine Sommer, ich grüße dich. Ui. Das sieht voll hübsch aus. Yay. Ui. Okay. Jetzt beginnt der Spaß. Ähm. Wir gucken mal. Da. Beschwerd. Okay. Hier kommt man jetzt hin. Ui. Wir öffnen gleich mal die erste. Und es ist gelb. Bitte sag mir, dass es gelb ist. Bitte wird es. Ja. Es ist ein Fliegendes. Es ist ein Fliegendes. Es ist ein Fliegendes. Und es ist. Bitte kleidst du. Oh. Aber es ist auch schön. Ja. Es ist auch schön. Okay. Gleich dann nochmal. Für 450 könnten wir nochmal. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist. Für 800. Hm. Ich glaube, ich mache für 400. 150. Weil da könnte ich ja zweimal. Ja. Wir machen einmal für das. Bitte gut. Bitte gut. Bitte gut. Bitte gut. Bitte gut. Blau. Blau. Ist. Äh. Uh. Uh. Das ist aber auch süß. Aber ich möchte. Okay. Letzte Kiste. Wenn jetzt da nichts Gutes ist. Ich möchte. Oh mein Gott. Ich möchte ein Gleitstil haben. Bitte. Zeit zu ehrenhafen. Und bitte. 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 Blau. Blau. Bitte. Gleitstil. Bitte. Bitte. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich habe ein Gleitstil. Oh mein Gott. Ich habe ein. Oh mein Gott. Wart mal. Wart mal. Steig. 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 Ja. Oh. Oh. Ähm. Name. Ähm. Holly. Ähm. 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 Irgendwas mit P hätte ich gerne. Polly oder? Holly wo? Ne. Wart mal. Wir nehmen. Ähm. Es ist Princess. Oder? Ja. Ich nenne dich jetzt Princess. Ja. Es ist doch. Perfekt. 74. Steig. Da kann man ja eins verleihen. Kein gut. Es ist. Oh. 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 Da ist es drin. Oh mein Gott. Ähm. Wir haben. Kein Steif frei. Tut mir leid. Ich zeige mir. Ah. Ähm. Yas. Ich kann den Stall kaufen. Ja. Teuer. Oh ja. Ich mag dich angucken. 29 Minuten. Oh. Oh, ist mir jetzt egal gewesen. Mein Gott. Ja, ich hab dich. Mein hübsches Pärzschüt, ich hab dich. Oh mein Gott, ich liebe dich jetzt schon. Wie soll ich dich nennen? Oh mein Gott. Da könnte man ja dann noch das andere Pferd reintun. Okay. Okay, wir gucken jetzt mal Kleidung. Wir haben uns hier... Die kosten 50. Ui. Ja, dann nehm ich die gleich mal. Ich möchte irgendwie schwarz haben. Keine Ahnung. Hm. Oh, wie schön. Voll schön. Okay. Blau würde aber nicht gut passen, oder? Was ist denn das für eine Westernhose eigentlich? Nein? Oh. Das ist auch schön. Nur kostet zu viel. Dann tun wir jetzt einfach den Hut weg. Oder? Ja, wir tun den Hut weg. Okay. Ähm. Hm. So. Bekauft. Oh, ich hab die Kleidung. Oh, ich hab die Kleidung. Western Outfit. War gut. Okay, gut. Jetzt könnten wir... Kleidung. Baby. Eien. Kätzchen. Können wir jetzt auch einen holen? Und bitte was Schönes, bitte was Schönes, bitte was Schönes, bitte was Schönes. Grün. Grün ist auch gut, oder? Ein B. Jetzt haben wir drei Bären, glaube ich mal. Drei Bären. Wir haben jetzt in der Fiktion nicht viel geöffnet. Egal. Okay, gut. So. Wir haben jetzt diesen Bären. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Aber ein Panda wäre irgendwie cooler gewesen. Gut. Also, wir müssten dann auch mal wieder farmen, sehe ich gerade. Wäre mal so gut wie nix. So, also wir haben jetzt diesen Kleidster, der spielt schön. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Also, ich schreibe mir auf jeden Fall Namen und alles. Und, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder ich überlege mir ein.